Hallo, herzlich willkommen. Wir haben uns noch kurz was zu essen geholt und dann, äh, und jetzt gehen wir aufs Oktoberfest, Leute. Alter, seht ihr das da hinten? Das ist ja wie so eine riesige Demo. Live-Stream? Bist du ein Live-Streamer? Ja. Bist du ein Twitcher? Ja. Ronny! 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 Du hast doch zwölf Abonnenten, oder? Ronny! 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 Ja, äh, vielen Tag euch noch. Wie viel? Wie viel habt ihr schon getrunken, heute? Extrem viel. Stempel-Wittmann. Junge, der zählt uns nur. Wow! Ronny! Geil! Du bist der Chef. Du bist richtig der Chef. Okay, sag ich viel. Wie hast du heute schon getrunken? Wann hast du angefangen? Ähm, ich hab heute um 3.30 Uhr angefangen und hab circa zwölf Mass-Into. Achso, also ihr habt einfach gar nicht geschlafen, Leute? Ne, ne, wir haben durchgemacht. Stark! Okay, hier ist die Grenze. Hier ist die Lige. Da geht's rein. Willkommen zum Oktoberfest. Herzlich willkommen! Ey, können wir kurz mitmachen? Stark! Bist du hier Security oder was? Ja, das heißt, wenn ich was brauche, wenn was nicht läuft, dann komm ich zu dir. Ja, genau. Du bist die ganzen Tag hier? Wie heißt, wie heißt du? Bis 16 Uhr. Luca. Luca. Oh, also bis 16 Uhr dürfte ich Probleme haben und dann kommt ihr Euss und ich regle das. Und ihr, ah, alles klar, Luca. Foxy, willst du so einen? Ein Euss, ey? Ja, okay. Wir brauchen ja eigentlich drei, oder? Jeder kriegt einen. Man kann auch den Namen drauf machen. Ich kann das hier hohe Lager draufstellen. Ich würd mir, das ist mit Mami. Okay, ja. Mami und Daddy. Ja, aber du kannst uns das hier wünschen. Das ist cool, oder? Das nehmen wir. Kannst du denn als Kind sein? Oha, du hast einen Fuchs gekriegt? Stark! Cool. Ey, okay. Jo? Ja. Ja. Alles echt. Die ist ja auch funny. Die da sehe ich nicht. Ich glaub, für die machen wir ein Special, weil das ist schon brutal. Also, wenn du mal einen Fünfer gibst, kannst du mitnehmen, glaub ich. Fünfer? Ja, aber weil du so ein Mörder ausschaut. Was sagt ihr? Ja. Fünfer? Ja. Geschafft? Sie ist auch die Flamingo von One Piece. Diger! Diger! Ist der geil! War das deine Idee, solche Dinger zu verkaufen? Zeig's mir mal! Zeig! Ja, komm! Zeig doch! Ah! Bro! Wie geil! Bro ist cool! Schirm schützt auch vor, sondern auch gute Idee. Das macht sie dann? Sie malt die selber dann? Nee, nicht viel, sondern... Okay. Ah, okay, okay. Geil. Ich hab Angst. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr aus. Scheiße, ich kann nicht mehr schreien! Ich füfe nur auf ihr. Nein! Ich muss sich das mal az, was еще etwas da machen! Nee, ne? Nee! Wie ist denn noch? Es terrain selv, das ist ehrlich. Nein, das ist passiert! Was ist wichtig? No genau! Es ist wichtig! Leute, das ist ... Oh, Lord! Oh my not ... Was wackelt! Was wackelt! Was wackelt! Was wackelt! Hey! Hallo! Wie geht's? Au! Screamst du? Geil! Du bist Tobi! Ja! Ah, dann doch kein Foto! Vielleicht denken meine Freunde das nicht. Ja, ne, dann mach ich das! Boah! Bro, das ist ehrenlos! Wie heißt du? Alpin! Hast du Vorbilder? Hast du Vorbilder? Wie findest du Monte? Kannst du mal kurz sagen... Scheiß drauf, Digga! Scheiß drauf, Digga! 1 zu 1! Kannst du dir noch so ein Tattoo hier machen? Und hier so? Nee, 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 nee! Nee, 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 nee! Ja! Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz! Ey, ey! Was ist der? Chill, chill, chill! Chill, 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 chill! Hey, hey! Hey, grüß die Sauber! Fim, scho, rüß? Ja! 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 Kanonenkugel wurde so fett beladen im Biergarten mit dem ganzen Essen und so! Boah! Digga, hast ne Kanonenkugel, Alter! Ja, die wurde geladen! Dann walkie-talkie? Wir sind jetzt walkie-talkie heute! So, du kannst die Sicherheit da hören? Ja, ich bin die Sicherheit! Ja, sag Hallo! Wir sind die Sicherheit! Warte kurz! Englisch! 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 Da steht jetzt gar nicht was hier! Digga, was ist gut! Hi! 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 Okay, jetzt muss ich auch noch! Hallo! Zeus! Hi, Zeus! Hallo, hallo, hallo! Vielleicht löschte der Chat ja, dass ihr das mal probiert habt, das Essen mitgebracht! A hot pickle! Als ob! Alter, das ist ne Fatic Worker, Bro! Okay, ich probier's! Okay, okay! Er macht's, er macht's, er macht's! Das ist ne Essig Worker! Aber dies... Aber... Da steht hot drauf! Nein! Hot! Hot Pickle! Hot... 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 Nicht dein Ernst! Also ist sie so scharf, oder was? F***! Ist sie scharf? Was ist denn da drin? Nein! Ist sie... Gar nicht scharf! Ist sie geräuchert? Was ist das? Ja, ja, ja! Ach du! What the f***, Alter! Hallo, 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 hallo! Was ist passiert? Pass? Nicht hinfilme, nicht hinfilme, nicht hinfilme, nicht hinfilme, nicht hinfilme! Ja, ja! Nicht hinfilme! Nicht hinfilme, ja! Also da ist ne Frau, ihr Bein komplett blutig, ich weiß nicht genau wann das für eine Wunde ist, aber es blut richtig heftig! Das Bein blutig richtig heftig! Und das war grad richtig toll, aus dem Nichts, aus dem Nichts! Aber es war lustig über sich zu sein! Ja! Vielen Dank! Mann, das ist doch so! So funktionieren solche Feste! Wir gehen da hin, um gescammt zu werden und das macht Spaß einfach! Alter! Ronny! Hast du zwei Augen? Was? Snipe Berge? Sag mal! Sag mal! Was? Hat der nochmal getroffen? Ja! Und auch nebeneinander alle! Was? Ja selber so! WTF passiert hier? Okay! Er hat alle getroffen wie sechs! Wow! Oha! Insgesamt eins darf man raus! Okay! Leute! Was ist hier alles drinnen? Das ist hier so ein Ding, was man so im Arm machen kann! Domino ist schon geil irgendwie! Ja gut! Dann nehmen wir das jetzt auch! Okay! Tschau! Danke schön! Wir haben einen Herz! Schönen Tag! Hey, was passiert da? Wird das jetzt mit Klebeband gemacht? Ich weiß ja nicht! Ob das alles so die Richtigkeit hat, weiß ich nicht! Hast du das TÜV-zertifiziert? Das will ich! Ja! Stark! Stark! Ja, der Profi! Fabian, hallo! Schön dich zu sehen! Wie heißt du? Ronny! 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 Und du bist Fabian? Genau! Ganz sicher, dass da nichts passiert? Hallo, hallo, hallo! So, los geht's! Wuhu! 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 Yeah! Geile Nummer! Oh, da kommst du der nächste? Oh! So ein Spezial! Oha! Hey Jungs, was geht's? Tschüss, du bist auch dabei! Hey! 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 Ya! Hey! 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 Hi! Hallo Biergarten, hallo, 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 ja, sie haben gewunken, sie haben gewunken, naja, aber dankeschön, ne, zu danken, zu danken, okay. Hey, nein, nein, ihr müsst nix nach Schluck gegen Ronny machen. Okay, das ist nix nach Schluck gegen Ronny. Okay, okay. Kann ich auch mal grüßen? Na, das kostet nochmal ein Spiel. Sorry. Er ist ein Macher. Ich grüße drauf hier, aus Ort gewohnt und ich grüße alle aus der Hütte. 3, 2, 1, Hundekacke. Das ist so ne Wippe, guck mal, da müssen wir drauf. Warte, was macht die Wippe? Was macht die? Wir müssen das machen. Hey, was geht ab? Moin, Moin. Wie heißt du? Mike. Mike lädt ein, Leute. Danke Mike. Klappe Mike in Jacks. Kannst du für uns ein bisschen krasser machen? Krasser machen. Okay, kann der so mehr das Tempo einstellen? Geht das? Geht bitte. Okay. Danke Mike. Bist du wahnsinnig, oder was? Danke Mike! Hey, ich wünsche euch los. Oh Gott, scheiße. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, das ist fiel. Ach du meine Güte. Das ist anders? Ist das anders? Ist das anders? Ja! Alter! Ja! Oh mein Gott, das ist wie krass. Das ist viel geiler. Das leuchtet. No way, was gehts? Mach mal. Mach mal. Das ist ja übel. Das war geil. Oh oh oh. Oh oh. Hey. Schon zu Ende? Vani Oma. Bravo. Wir? Okay, sorry. 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 Erst du nächstes Mal sitzen bleiben. Mike lässt die Leute kostenlos rein und die machen Quatsch. Bier ist cool. So, die Männer wollen ihr Bier. Na gut, na gut. Dann kriegt das. Dann kriegt das. Dann kriegt das. Hey. Hoffentlich eine Zeit. Außer Tomapfel. Ich hätte auch noch was. Cheers. Ein Höchststand erreicht. Winterkamp. Ja klaro. Was gibt's da? Livestream. Kennst du? Wie heißt du? Ich bin der Milad. Moritz. Servus. Christi. Prost. Und was ist jetzt da? Was macht ihr denn da? Also die Leute können uns in Echtzeit zugucken im Internet. So das ist live. Okay. Ja wie wir über das Oktoberfest gehen. Hier ein bisschen was. Und wie viele Menschen schauen uns jetzt so? Jetzt gerade? 5300. 5300. 5300. Alter ist crazy. Lass mich mal schauen. Und wo bin ich jetzt hier? Ah. Da bin ich ja. Okay. Stellt mal meine Instagram vor. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie nur Mädels, keine Jungs, nur Mädels sehen. Wie ist denn dein Instagram? Zum Wohl. Ich muss selber schauen. Ja, ja, ja. Sehr gut. Kannst du vor der Kamera halten? Aber bitte nur Mädels, ja? Komm, zehn Stück. Und bitte alle über 18. Bis zu 40 ist erlaubt. Ich habe 5.000 Menschen jetzt meine Instagram-Folge-Chat, dass sie mich jetzt holen. Boah. Alter, ich krieg so viele Anfragen. Leg dich am Arsch. Klingt aber schnell. Crazy. Da kommen nur Anfragen. Ja, bei dir ist was. Da kannst du dich ja zuhause mal hinsetzen und die durchfiltern. Danke an alle, die Anfragen geschickt haben. Ihr seid geil. Bro. Aber bitte mehr Frauen. Ey, wie hat das geworfen? Ehrenlos. Was denn? Jemand hat nur so ein Bier geworfen. Macht's dann so. Es geht jetzt darum, dass sie nicht von dem Rad fallen. Und wer selbst übrig bleibt, gewinnt. Wow, 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 wow. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Der Ball, der Ball, der Ball. Bravo, 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 bravo! Mit der Buchhose, mit der Lagerliederhose und ohne Liederhose. Rundi ist gut, Leute, jetzt alle anfeuern. Er kämpft, er kämpft, Rundi! Rundi, Rundi! Rundi, Rundi! Rundi, 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 Rundi! Rundi, Rundi, Rundi! Was war das Problem? Pech! Na gut, dritter Platz! Danke! Danke, dass ihr alle mit dabei wart. Es hat mega viel Spaß gemacht. Danke, wir haben eure ganze Liebe für euren ganzen Support. Ihr seid mega geil! Danke, Rundi! Danke euch für's dabei sein! Der beste Mann! Really, der beste Mann! Thank you, man! Ich liebe euch! Dein Name! Wir haben! Wir haben! Wir haben! Wir haben!